Das sieht schon gut aus. Ups, noch spannend. So, nun macht es in der Shuttle. Stefan kommt runter mit dem Tobi. Der greift auf ihn von einem Jahr. Das ist ok. Ja, das ist sehr spektakulär. Das Ziel hat es euch noch einmal applaudiert. Das ist zweimal heute leider. Aber ja, ihr habt es eine super Show gemacht. Ein super Rennen. Schauen wir mal, was noch drin ist, ob noch was geht. Nachdem das Wager wieder in sicheren Gewässern ist, kommen noch zwei Kinder, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann ist das Finale. Und dann kommt das letzte Fahrzeug der Bokkip Günther. Und dann, schau mal, geht's mal, könnt ihr noch einmal jubeln, unsere Euroballeten-Helden.